Ich brauche 2.057 gezogene Artilleries. 2.000? Und 7.50. Was machst du damit? Jeder eine Infanteriedivision, zwei Artilleriedivisionen zuordnen. Ah, okay, also richtige, nicht Unterstützungsartillerie. Nee, nee, schon die richtige. Okay, ja. Als eigenen Truppen. Da kannst du auf einer Gefechtspartei von 18 bis knapp unter 20. 20 soll so in den meisten Fällen der Optimalwert sein. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber... Verstehe. Und kriegst dadurch einen ziemlichen Bonus auf den weichen Angriff. Mhm. Ja, ich erforsche gerade Wartungskompanien, damit unsere Panzer nicht so schnell kaputt gehen. Und wir einen 50% Bonus hatten. 39 weicher Angriff ohne diesen beiden Artilleries. 114 mit... Mhm. Ah, okay. Und ich hoffe, sie fixen endlich mal den Bug, was die Armeestärke angeht und Anschluss und den ganzen anderen Kram. AI-Intelligenz wäre besser. Ja, der... Ja, der... Das haben sie ja schon gesagt. Das... Das kommt ja demnächst. Mhm. Das ist ja der nächste große Patch. Stellaris hat heute einen großen neuen Patch gekriegt. Stellaris? Stellaris, ja. Haben bei mir nix. Soll heute aber... Released worden sein. Mhm. Kann auch sein, dass der noch in... In dem Steam Processing ist oder sowas. Das braucht ja immer ein bisschen. Mhm. Aber generell haben sie heute aufs Knöpfchen gedrückt. Da verändern sie auch das Schlachtverhalten. Mhm. Ein wenig. So, wann kommen denn unsere Truppen wieder? Am 29. Juli. Das ist morgen. Okay, meine Truppen brauchen genauso lange wie eure. Ja. Balancing und so. Mhm. Wahrscheinlich. So, ähm... Jep, da sind sie doch schon wieder. Und die Reichsautobahn ist fertig. Ja, das wird doch immer besser. Autobahn kann man nie genug haben. Richtig. Und deswegen kommt jetzt noch ein bisschen gratis, äh, Infrastruktur. Ne, nicht Infrastruktur, sondern Fabriken. Äh, wie viele kriege ich denn da? Zwo, vier, sechs. Machen wir bitte kurz Pause. Pause? Ja, dass ich mich hier ein bisschen... ...informatieren kann, wenn der... ...weil der Krieg gerade ausbricht. Ah, okay. Äh, wird der Krieg automatisch ausgelöst, oder hast du nur einen Kriegsgrund? Ah, okay, ich hab einen Kriegsgrund bekommen. Okay, dann kannst du weiterlaufen lassen. Okay. Weil den musst du ja nicht triggern. Mhm. So. Bauen wir das Ding noch fertig. Genau. Ähm, kannst... ...hat der eine bestimmte Haltwertszeit? Oder hält der immer? Äh... ...31. Juli 38. Ah, okay. Ja, bis dahin. Da ist genug Zeit. Jo. Gut. Ja, und ansonsten... ...machen wir neun, weißt du? Arschlecken ist... ...und... So, uns fehlen noch leichte Panzer. ...es... ...infanterieausrüstung... ...unmotorisiert fehlt uns noch... ...und Panzer fehlen uns. die schiffsbewegung geschiffsbewegungen haben übrigens nichts zu bedeuten bitte weitergehen was für schiffsbewegung ich habe mir komplett in den meeresräumen setzt zum patrouillieren und konvoi abfangen und für den fall der fälle das war irgendwie aufmuckt ja okay also wir die achsenmächte ich lade euch erst in die achsenmächte ein wenn es auf den krieg zugeht weil es um die welt die weltweite spannung um drei prozent pro nation erhöht ich werde sie doch mal um zwei prozent erhöhen aber ich hoffe ich habe dann jugoslawien oder ein teil ist okay ich hoffe dass ich bald österreich und die tschechoslowakei kriegen kann aber das dauert noch ein bisschen 140 tage ungefähr nein noch mehr anschluss darf ich noch nicht weil ich noch nicht genug truppen habe na und dann kommt industrie bemühen also ein paar tage brauche ich noch also holt ihr schon mal die tschechoslowake so wie viel wir haben 477.000 mann insgesamt das reicht noch nicht in 120 tagen kriegen wir panzer die den namen auch verdienen das weiß ich das ist absicht dass ich kein limit für die infanterie eingestellt habe ich möchte erstmal infanterie ausspucken wie blöd weil man die zum einen immer gebrauchen kann und zum anderen brauchen wir die manpower für anschluss und den ganzen anderen kann ich bin gerade ein bisschen verwirrt warum ich habe eine infanterie division in der ausbildung genau genau eine division ich habe viermal hinterher auf hinzufügen geklickt also dreimal dass ich vier stück parallel ausbildung bisher war es immer so wenn die ist dass die vier gleichmäßig mit ressourcen versorgt wurden in der regel jahr die sind vollkommen durcheinander wahrscheinlich weil du unterschiedlich produziert also anders du produzierst zwar genug aber sie werden halt unterschiedlich verteilt ja deswegen hatte ich gedacht dass das wenn ich die vier nehmen dass es gleichmäßig verteilt wird normalerweise also was mir fehlt das sind artilleries im prinzip ja das hatte ich ja schon erwähnt aber der rest ist da so viel öl brauche ich nicht merkwürdig ich brauche wolfram sehe ich gerade der hat den wolfram im angebot wer hat denn die olympischen spiele gewonnen wir mit 33 gold medaillen du warte mal wenn ich kinder den krieg erklärt würde schank sie mit einsteigen andersrum wahrscheinlich genauso oder wenn schank sie dir den krieg erklärt ja ja natürlich weil schank sie ein marionettenstaat ist oder weil sie verbündet sind irgendwie sowas wir sind gar nichts dann mögen sie dich einfach nur nicht danke ja was übrigens interessant ist weil die volksrepublik china und china ansprüche auf schank sie haben weiß ich nicht sehr gut das geht an die volksrepublik china und sie bei geht an china selber deswegen das ist so ein bisschen merkwürdig machen wir ansprüche auf die ich habe keine ahnung wir haben insgesamt selbst wenn ich den höchsten wert nämlich mal 100 divisionen ok warte mal ich mache das so rum so rum ist es sinnvoller ja dann schraubt das einfach so rum wie es dir gefällt und nicht nach logik mach einfach wie du es für richtig und jetzt sind wir bei 35 meine fresse wolltest du nicht warten ich habe es mir anders überlegt ah ok danke für die vorwarnung übrigens weil ab 50 prozent wird es in europa ein bisschen kritisch ok weil dann nämlich england nationen unabhängigkeit garantieren darf und das ergibt das haben wir gestern gesehen richtig ähm 2 prozent kommt von mir nochmal in ungefähr 40 tagen drauf ja ja das äh genau das meinte ich halt eben also kann ich meine kompletten pläne für europa erstmal wieder über den haufen werfen und muss mich jetzt für den krieg rüsten ich liebe meine alliierten ich habe zuerst angemeldet so kriegsgrundfiguren japan ich habe 2 prozent dann äh nein mache ich natürlich nicht scheiß spanier viel zu viel haben die gemacht ja das hat also japan krieg erklären hat mal eben 10 prozent gebufft ne und sowjetunion setzt noch einen drauf 3,6 prozent sechs freiwilligen divisionen werden nach china geschickt ach das ist ach das ist germanien und äh was ich noch brauche ist warte mal wieviel prozent brauche ich denn 2 da passiert nichts 4 ähm mathe ist toll 7 10 15 und im idealfall noch ähm 17 also insgesamt 17 und damit wären wir über 50 prozent ok sowjetunion hat nochmal 1,7 prozent drauf geknallt diesmal ist bonsai schuld ja 1,7 nicht 7,1 macht es nicht viel besser aber es sinkt zumindest langsam es sei denn sie schaufeln noch mehr nach es sei denn sie schaufeln noch mehr nach wartet wenigstens mit dem weltkrieg bis ich den westwall fertig habe das wäre ganz nett damit es nicht ganz so extremst knall ich würde auch gerne vorher noch ein paar sachen ausbilden und fertig stellen mhm hätte ich überhaupt nichts gegen einzuwenden ok die brauchen keine ausrüstung mehr die brauchen noch aber zum glück baue ich ja jetzt mehr autos ja motorisiert ist der knackpunkt die auch ja aber ich baue mehr autos mit autos ok ich baue ich baue moment zwei autos pro tag und 0,19 panzer mhm 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 komm mhm Unexkannte Hast du denn inzwischen Panzer? Ich habe nicht genug Punkte bekommen, um Panzer hinzufügen zu können. Ich hoffe, dass ich jetzt langsam mal welche bekomme, die hier hinzufügen zu können. Ja. Ach, einen Punkt brauche ich noch. Ich gucke gerade. Oh. Ja, dann nehmen wir doch mal Rommel ins Kabinett. Plus 15% Angriff, plus 15% Verteidigung für Panzer? Nehmen wir. Aber er darf trotzdem noch seine Armee... Ja, darf er. Österreich, komme für dich... äh, zu dir. Für dich, mhm. Möchte ich damit unterschwellig was zu Österreich sagen? Nein. Oh, super. Meine Gebirgsjäger-Divisionen sind auch soweit. Es fehlen nur noch Panzer. Der Rest passt. So weit, so gut. Sie sehen, was sie heute immer so lang brauchen zum Vorbereiten. Ja, nun. Deswegen macht man die ja normalerweise bevor der Krieg losgeht. Die haben halt zwei Monate Zeit gehabt, weil ich die bereits am Anfang da hingesetzt hatte. Aber die sind immer noch nicht fertig. Hast du dem General auch Befehl gegeben, den Plan auszuführen? Sind es mehr als zehn Divisionen? Äh, ne, es sind neun Stück. Aber ich brauche noch zehn Tage, dann kann ich ihn dann ausführen. Ja, okay. Je größer die Armee ist und je weniger Marine-Infanteristen du drin hast, umso länger dauert es. Seit das 1940 wird, dass ich Floppen-Invasion vergösern kann. Ja, da haben wir aber noch ein paar Jahre. So. So lange ich, äh, sobald ich die eine starten kann, kann ich meine anderen Armee, die noch übrig sind, direkt mit überholen. Das ist der Vorteil. Ja. Okay, also mir fehlen echt noch viele, viele Autos. Mach ich dann so? Ja. Muss ich ja. Doch, wie brauchst du so viele Autos? Ähm, weil fast alles motorisiert braucht. SS-Divisionen sind komplett ausmotorisiert. Ja. Ähm, und ich hab noch vor, ähm, sobald ich's erforscht habe, Sanitätsgedönsel reinzusetzen. Die brauchten auch Fahrzeuge, ne? Die brauchten auch Fahrzeuge, genau. 525.000 hab ich. 525.000 was? Äh, Soldatinnen auf dem Feld. Auf dem Feld? Wo kann man das sehen? Äh, oben mittig, wenn du auf deine Soldatenanzahl gehst. Zwischen der politischen Macht und deiner Anzahl der Fabriken. Da wurde die Anzahl der Wehrpflichtigen quasi siehst. Und da wird's dann aufgeschlüsselt. Freie Mannstärke, 1,07 Millionen. Verwendete Mannstärke, Armee, 524.000. 315.000. Ich hab weniger als du. Ja, nun? Was hast du denn bei Marine? Äh, wo? Marine? Marine. 24.000. Yes, da hab ich mehr. 52,8. Ah, 22. Und was sagt deine Luft? Und was sagt deine Luft? Knapp 20. 27. Get to my level, bitch. Aber da fällt mir gerade was ein. Achso, nee, da warte ich erst mal. Ich möchte erst mal, dass alle Flugzeuge aufgewertet werden auf die Bf 109. Und dann. Dann verstärken wir die Geschwader. Weil ansonsten hab ich hier noch scheiß Doppeldecker unterwegs. Das wollen wir nicht. Okay. Panzer produzieren wir. Sogar relativ gut. Ich hoffe ja mal. Ich bin ja nicht neugierig, aber ich würde gerne mal wissen, wie deine Schlacht läuft. Bei mir? Ja. Guck da rüber. Ja, sieht okayisch aus. Ja. Aber ich sehe halt nicht, wie stark die Fronten sind, ob du gewinnst oder verlierst. Bis jetzt laufen 90% der Kämpfe positiv für mich. Das ist schon mal gut. Denk an die Nachschubprobleme, die du da oben kriegst. Ja, ja. Du hast echt nen Vorteil gehabt, dass du diesen einen Engpass von den Chinesen geschenkt gekriegt hast. Hm. Da hast du's dann nicht ganz so tragisch. Jetzt müssen wir das Gebiet hier einnehmen, damit ich nen Hafen hab, das hier überkomme. Rommel möchte Wien einnehmen, hab ich so das Gefühl. 16 Tage, dann gibt's Wartungskompanien. Noch sechs Tage, dann gibt's nen Tag von Jugoslawien. Ja, das will ich schwer hoffen. Aber leider nur ein Teil. Leider nur ein Teil, ne? Wird er gierig. Ja. Das ganze Land wäre viel cooler. Ja, das kann ich ja machen. Die haben immerhin eine ganze Menge Aluminium und was ist das hier denn? Ist das... Was soll denn das darstellen? Äh... Chrom. Die Kringel, ja. Yep. Aluminium ist gut. Du kannst Flugzeuge von bauen. Das ist in den Gebieten, die ich nicht bekommen werde. Ja, nicht geschenkt. Ja, ja, nicht geschenkt. Du bekommst zwei Gebiete, die sind überhaupt nichts wert. Kalmatien und Slowenien. Richtig. Die bringen dir nen Schafscheiß. Äh, ich kann mehr Fabriken bauen. Ja, okay, das stimmt. Und Truppen, oder? Äh, du müsstest mehr rekrutierbare Bevölkerung bekommen. Ja, meine ich doch. Ja, ja. Ich meine, wenn man 39 anfängt, dann kriegt man, äh, hab ich so das Gefühl, der bescheißt. Und zwar massivst. Ähm. Weil der Deutsche schafft es, bis 39, äh, fast alles zu erforschen. Also bis, bis so, äh, bis alles inklusive 39. Ich weiß nicht, wie er das schafft, aber er schafft es. Ähm. Und? Äh, auch den Panzer 3. Und noch einiges. Ganz kurz zu fragen. Ähm, ich hab nichts bekommen. Wenn ich jetzt draufklicke, steht drin, ich hab Ansprüche drauf. Wie läuft das jetzt? Muss ich dich jetzt angreifen? Äh. Ja, du könntest jetzt Krieg erklären. Das ist richtig. Nee, der Button ist ausgegraut. Ähm. Ach so. Nee, dann haben sie abgelehnt. Wie abgelehnt? Du hast denen gesagt, gebt uns das oder ihr kriegt aufs Maul. Und dann haben sie gesagt, nö, ist nicht. Was für Witzel. Wir wollen lieber aufs Maul kriegen. Und die wollen halt lieber aufs Maul kriegen. Ich mein, wenn ihr denen eine Wahl lässt, ist das natürlich. Ich mein, das kann auch passieren, dass die Tschechoslowakei sagt, nö. Wisst ihr? Hier. Deutsche Heim ins Reich. Das kannst du mal knicken. Und was sagen wir dann? Okay. Und dann gehen wir wieder. Sagen wir den Zweiten Weltkrieg ab. So. Okay. 38%. Ja, das waren die 2% von gerade eben. Du hast nochmal Plus. Nein. Ah. Du hast 2,5%. Italienische Gebütsansprüche in Jugoslawien und Kriegsziel gegen Jugoslawien gerechtfertigt. Oh, super. Gerade eben steht da noch bei, dass ich 0% auslöse, wenn ich das mache. Ja, das sind ja 0%. 0,5. Nein, das stand 0%, nicht 0,5%. Das stand 0%. Wer erwartet denn auch schon, dass Italiener gut bezahlen umgehen können? Ich hab gar gesehen, Spanien hat deutlich mehr Spannungen erzeugt als ich. Ja, ja, klar. Aber wir haben nicht gewartet, bis sich die Spannungen beruhigt haben. Weißt du, wie lange ich da hätte warten müssen mit 0,5 pro Monat? Ja, ein Weilchen. So, ein, zwei Jährchen? Mh, umso stärker wären die Chinesen geworden. Ja, es macht ja nichts, umso stärker wären auch hier. Mh. Mal, was? Wir haben noch nicht 37, dann kann ich... Oh, ist es? Gerade eben noch gefunden. So. Ach, ja. Und sonst so? Das ist das Lustige bei Hearts of Iron. So, die erste... Die ersten paar Jahre sitzt du hier so und denkst dir, hm, irgendwie passiert nichts. Und später wünschst du dir, du hast fünf Hände. Ah, da sind zwei neue Gebirgsdivisionen ausgespuckt. Zack, hier kommt so den blauen. Wie viel haben wir denn jetzt? 537.000, das reicht noch nicht. Nerv. Ich will Österreich. Wie kann man nur behaupten, Österreich gehöre nicht zu Deutschland? Wie viel Prozent macht das? Zwei. Ja, das wäre noch unter 50. Naja, klar. Na, und dann... Es ist 0,5 pro Monat, ja. Oh, es sinkt nicht mehr unter 25 Prozent. Weltweit Spannungen. Ja, wenn du mit der Maus auf weltweite Spannungen gehst, Minimum 25 Prozent. Jetzt muss ich mal was nachgucken. Da, da. Steht hier irgendwo... ...wann die anderen mal zu... ...zuschlagen dürfen. Ne, die haben aber noch Zivilwirtschaft. 40. Okay, wir haben deutlich mehr Militärfabriken als England. Ich frage mich, woher die ihre... ...haben die die ganzen? Ja, die spawnen mit fast 2000 Flugzeugen. Alter Schweden. Das ist ja... Kann ich ja Flugzeuge bauen, bis die Engländer zu Fuß gehen müssen. Ähm. Aber es kommt... ...es geht eigentlich ganz gut voran, wenn ich mir das bei dir so angucke. Mhm. Okay. Und äh... Naja, ein Prozent zugunsten von Acker ist so. Mhm. Ich meine, was wir... ...was... ...ähm... Ich meine, wenn Qui-Gon jetzt Jugoslawien den Krieg erklärt, dann knallt's. Warum? Weil wir dann, glaube ich, auf über 40 Prozent springen. Warum das denn? Ach so. Weil du einen neuen Krieg anfängst, das sind 10 Prozent. Dann sind wir bei 48. Was wäre denn mit 40 Prozent so schlimm? Ähm. Ich kenne die genauen Schwellenwerte nicht, aber ich glaube, entweder bei 40 oder 50 dürfen die Demokraten Unabhängigkeit erklären. Und das weiß ich halt gerade aus dem Kopf nicht. Und wir haben noch nicht mal ein Jahr rum. Also, ich wäre ganz dankbar, wenn wir den zweiten Weltkrieg nicht... Nicht schon drei Jahre früher, oder so. Ja, das wäre... ...wäre ich jetzt irgendwie nicht ganz so begeistern. Okay. Ich meine, wir müssten bis Oktober 39 Zeit haben, aber... ...dazu müsste ich jetzt halt die Geschwindigkeit auf 3 drehen, damit's hier auch mal vorankommt. Ich meine, alternativ... ...können wir's auch knallen lassen. Dann erklär ich Polen den Krieg, dann marschieren wir direkt durch Russland und dann helfen wir dir bei China. Jetzt hab ich noch ein bisschen vorbereitet, würde ich sagen. Ich will hier schon wieder so schnell den Krieg sein wie gestern. Ja, nun! Ich denke ja nur an meine Zuschauer. Ich kann auch nur so viel in den Menüs rum vorstellen. Bist du relativ zuversichtlich, was dein Krieg da angeht, Bonsai? Bis jetzt schon. Okay, dann mach ich mal Geschwindigkeit 3. Schrei, wenn's zu schnell ist. Wir wollen ja hier auch mal ein bisschen was... ...was loslegen und lostreten. Ich meine, gestern war's ja so, dass wir... ...da haben wir ja Schweden, Deutschland und Japan gespielt. Und Schweden hat Norwegen und Finnland innerhalb von einem Jahr eingenommen. Ich meine, dass das den Weltkrieg auslöst, das kann ich mir schon... Ich sag's nicht, wurden faschistisch... ...faschistisch... ...warte mal, wie... ...boah, 200 Tage. Ne, das dauert mir zu lange. Aber ich meine, wenn man's von Anfang an gemacht hätte... ...hätten wir jetzt Krieg mit Polen. Was brauchen wir denn für Russland? Ja, ne. Das sind alles 200 Tage, weil's noch... ...wann noch World Tension so niedrig ist. Oh, ist das gesungen. Noch mal ein Prozent. Yay. Ich meine, wenn ich... ...wenn ich es schaffe, Anschluss und die Slowakei zu bekommen... ...bevor wir bei 50 Prozent sind... ...wär das schon nett. Ach, hast du wohl es da eigentlich noch nicht anregtiert, oder was? Ne, noch... ...überhaupt noch nicht. Du hast auch das Rheinland irgendwie noch nicht anregtiert, könnte sein? Ja, ich hab auch noch nicht genug Truppen für Aus... ...äh, den ganzen hier... ...Anschluss. Deswegen hab ich erst mal den Rest genommen. Weil dann kann ich's immer noch machen und dann... ...dementsprechend gleich... ...durchmarschieren, sozusagen. Hm. Ah, das ist das. Mal ne Frage. Das ist eine Antwort, aber nicht die, die ich brauchte. Achso. Ja. Sorry. Ist ja nicht deine Schuld. Irgendwie schon. Ach. Jetzt hackt doch nicht auf ihm rum. Macht er immer, ich bin's gewohnt. Ähm... Wie doll oder wie viel bedeutet uns Russland? Äh... Soll ich ehrlich noch antworten oder politisch korrekt? Äh, nö, so... ...so jetzt Harz of Iron mäßig. So viel. Geht dir... Geht dir am Arsch vorbei, ha? Ich mein, dann... Dann... So einfach, hey, hey, wir sind Buddies und so. Ähm... Oder aber... Ich pfeif drauf, weil den... Äh, Molotow-Ribbentrop-Pakt, den brauchen wir jetzt nicht. Ich mein, östliches Polen will ich den Russen jetzt ja nur nicht in den Rachen schmeißen. Mein ja nur. Ich mein, wir wollen die ja eh platt machen und ich will die Ressourcen. Also, ich hab zwei Möglichkeiten, was die Sowjets angeht. Entweder ich greife die Sowjets an, oder ich greife sie nicht an. Allerdings hab ich dann eben, äh, Erobern, Schwerpunkte, Vereinigtes Königreich, Niederlande, USA. Ja, das passt doch. Den würde ich mich momentan auch ungern anlegen. Naja, noch sind die ja... Ich mein, die haben nur viele Flugzeuge. Mehr haben die nicht. Sagen zumindest meine Spione. Die sagen, die haben 44 Divisionen maximal. Das sind die Briten. Und die Amis haben... 46 maximal. Ich hab 46 so. Und ich bin deutlich kleiner. Italien hat maximal 53. Und Japan hat 95. Du hast ein paar verloren. Kann das sein? Jetzt nicht wirklich. Ich dachte, du hättest, du hättest dreistellig. Kann aber auch sein, dass die Obergrenze einfach nur gesunken wird. Bei mir hat jetzt Kine angeblich 41 bis 122. Also die Forschung ist ja nicht so wirklich. Ja, ja klar. Ist ja Spionage und Gegenspionage und so. Gleich kriegen wir den Panzer 3 in 10 Tagen. Oh, warte mal. Bonzer ist ja wieder da. Dann kann ich die Geschwindigkeit hier wieder hochdrehen. So, es fehlen noch ein paar Autos. Das sollte nicht das Problem sein. Das ist ein persönlicher Rekord. Das wird ja nachhaltig sein. Untertitelung des ZDF, 2020